Gibt's die noch? 97? 97... Auch der rote, der eine, der sich so festgefahren hatte. Okay, dann runter. Tiefer, in die eigene Weide der Küche. Kommen wir noch zu nem Herd? Oh, in den Kühlschrank. Kühlschrank wär toll. In nem Kühlschrank? Ja, da würd ich wahrscheinlich gleich 20.000... Äh... Schlemmersküche... Sublevel 3... Ach, es ist elektrisiert. Ein elektrisierendes Erlebnis. Okay. Gut, da hinten sind... Ach, es ist gelb. Und wieder so'n Käfer. Schon wieder. Und ganz viel Elektro-Käfer. Okay. Na, dann... Ha! Die sind gleich richtig. Sehr schön. Arbeitswille wird bei mir belohnt. Man darf gleich noch mehr arbeiten. Ach! Nein, nein, Pustefiech! Pustefiech! Ach... Hilfe! Okay, dafür kann ich die Gelben auch sehr, sehr gut gebrauchen. Aber dazu müsste es erstmal in eine schönere Position kommen. Komm her! Komm her! Oh, hier! Wie viele sind das denn? Ach, da hinten sind ja noch welche. Deswegen kommt der nicht. Der hat ja immer noch so viele Gegner hier. Moment! Das ist ja wieder so'n einer. Ne, ne, ne! Nein! Wow! Okay... Ach! Machen wir's alles nacheinander. Erstmal den da. Wenn er mal kommen würde. Komm her! Ja! So, so! So stehst du toll! Und alle immer schön von unten ran werfen. Hm, okay, ich hab' wieder mal daneben geworfen. Irgendwie. So, jetzt aber. So... Oh, funktioniert das? Und wieder hoch. Gleich wieder drauf, dass er gar nicht hochkommt. Genau. Na, so hat er eigentlich keine Chance mehr. Das war's. So. Jetzt hier ganz viele Elektro-Käfel. Boah, sind das viele Elektro-Käfel. Die Beatles kommen zurück in vielfacher Ausführung. Ganz viel. Na, nimmst du mit? Nimmst du's mit? Na komm, du nimmst es doch mit, ja? Oh, fein! Na, da brauchen wir aber mehr. Genau. So, dann bringt ihr gleich den Käfer mit rein. Mann, das ist toll. Hm, aber der ist ja immer noch nicht tot danach, oder? Ne. Da fehlt noch ein bisschen was. So, jetzt aber. So. Ha! Und gleich den nächsten. So lobe ich mir das. Und wie sie alle helfen wollen. Klunk. Und einmal draufwerfen noch. Na? Ne, ne, ne. Ach, das war's schon. Okay. Jetzt können wir wieder alle nehmen. Ach, ne, da hinten sind ja noch mehr Käfer. Okay, gut. Wieder nur die gelben. Gelbe Fraktion. Und da hinten ist ein Kompass. Hm, hätte man den nicht als Schatzsucher benutzen können? Ich weiß, ich hab grad noch ein paar rote dabei. Äh, ich hab sogar einen geworfen. Okay, die können hier einen Käferzug tragen. Und noch einen Käfer. Na? Na? Hey. Boah, ich muss auch mal treffen. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. So. So geht das dann gleich viel besser. Prima. Stück. Und dann können die anderen den Kompass tragen. 20! Okay, sie können die nicht tragen. So viel hatte ich jetzt nicht gedacht. Kommen die hier durch? Nein, kommen sie nicht. Über die kleinen Außenbausteine können die Pippen Gott sei Dank laufen. So. Nehmen wir mal andere. Nein! Ha. Okay, so. Das dürfte genug sein. Kommt hier irgendwas runter? Nein, kommt es nicht. Kommt hier was runter? Auch nicht. Hier waren wir schon gerade. Oh, da hinten ganz viele Käferhüter. So. Alle drauf da. Und da haben wir wieder Eier. Tollen Eier, die Nektar spucken. Und ab und an mal ein schönes Spray. Da haben wir den Kompass. Der ein bisschen kaputt ist. Und Schicksalswegweiser. Sehr schön. Das ist ein toller Name. Da verkauft man viel von. So. Einer da hinten muss den ganzen Nektar aufsuffeln. Ja, ich weiß, hier nehmen wir den Schatz. Ich hab's bemerkt mit einem Tambourin. Tambourin? Hm. Na gut. Tambourin. Hm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Gute Sache. Okay. Nehmen wir nochmal alle, damit wir ja alles schön gruppieren können. Denn wir brauchen wie immer noch nur die gelben. So. Denn da sind immer noch Käfer. Überall Käfer. So. Ja, und... Könnte ich hier auch selbst Hand anlegen, aber ich bin ja noch nicht elektrosicher dementsprechend. Gelbe Blume. Hm, brauchen wir gelbe Käfer. Ähm, gelbe Käfer sag ich schon. Gelbe Pikmin. An sich... Eigentlich nicht, oder? Wie viel hab ich denn? Ich hab zwei und zwei. Nein. Ich guck gleich nochmal, wenn ich hier alle habe. Na, macht's. Macht's kaputt. Gut. Was die Roten hier dauernd machen, ich weiß es nicht. Und was ist das? So ein Ding zum Klappern? Oder zum Aufbewahren? Ich glaub das ist so ein Klapperteil. 120. 120. Harmonie Synthesizer. Ah, ich weiß gar nicht wie die heißen. Hm. Irgendein Musikinstrument. Soll das sein. Okay, Schätze sind weg. Und Käfer alle durch. Alle weg. Drei. Okay. 7773. Ich muss jetzt noch einen Viererkäfer finden. Okay, wie viele Gelbe haben wir? Wir haben 39 Gelbe und zwei dann in der Zwiebel. Okay, okay. Nehmen wir Rote noch. Ich weiß, das verringert die Kampfkraft, aber... Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Noch mehr Gelbe. Bei Feuer war er hier nirgends angezeigt. Dementsprechend kann das nicht falsch sein. Gelbe sind schön zum... Gut treffen. So. Jetzt versuchen wir mal alle Blumen... Äh, alle Blätter da noch rein zu bekommen. Das wird ziemlich schwierig. So, erstmal alle zusammen. So in einer Reihe. Und dann alle durch. Na, durch. Na gut. Hat so heil funktioniert. Okay. Haben wir noch was? Hier hinten bin ich noch nicht rumgelaufen. Nö. Nichts. Das Tambourin können wir wahrscheinlich nicht wegschleppen. Das ist zu groß. Kann man welche draufwerfen? Auch das Musik? Moment. Ha. Hm, schade. Das wäre ein cooler Effekt gewesen. Kommt hier noch was? Bombe? Nö. Auch keine Bombe. Nicht mal eine Bombe. Naja. Gut. Stringen wir tiefer vor. Stringen wir tiefer. Ich möchte endlich einen Kühlschrank finden. Das wäre toll. Und wenn man zacken will. Und wirßen von Alba. Und dann ist glaube ich, das möchte. Und dann noch mit dem Kühlschrank. Und dann wird das auch aufgenommen.